Ball. Ja, nochmal einen Ball mit meinem Senf dazu. Ja, genau, ich fand es auch wieder sehr inspirierend, was Tim gesagt hat, weil, genau, es geht ja letztendlich gar nicht so viel um, ich rede zu laut, ne, es geht gar nicht so viel um, ich korrigiere auch schon, es geht ja gar nicht darum, genau, es geht, man zieht immer so viel Energie oder viele, ich, ja, ich zieh, zog, relativ viel Energie immer, aus Wissen und tut es, glaube ich, immer noch und der Punkt ist ja immer, das Tun und das Umsetzen ist ja irdisch, also das ist ja nicht irgendwie da oben in der Welt des Wissens oder in der Welt der Spiritualität da oben irgendwo rumzuschwören andauernd, sondern wenn man sich das wie einen Baum vorstellt oder so, dann kann die höchste Krone, kann nicht leben ohne die tiefen Wurzeln und umgekehrt. Also, genau, so ein zwischen Herz und Verstand gibt es halt auch noch so eine Balance zwischen Tun, etwas umsetzen und mal dieses ständige nur Wissen, was geht, auch mal abzukutten und was zu tun. Danke. Alle Bälle verbraucht, es freut mich wieder, dass hier wieder so viel Diskussionsbedarf war und jetzt gucken wir auf die Uhr und stellen fest, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wie gesagt, spätestens 21.30 Uhr müssen wir hier Schluss machen, damit alles für das Konzert um 22 Uhr fertig gemacht werden kann. Aber jetzt kommt quasi der Punkt, wo wir die Regeln über den Haufen werfen und einfach mal offen über alles reden. Ich habe hier noch ein zweites Mikrofon und ich gebe jetzt wieder mal die Möglichkeit, das Ding rumzugeben und einfach alles zu fragen, was euch interessiert. Und ich antworte euch in meinem Senf oder ihr könnt euch andere Leute ansprechen. Ihr könnt auch was sagen. Ja, auch ich. Ist jetzt quasi komplett offen. Ihr dürft sagen oder fragen oder diskutieren. Carlos, Mensch, auch ich möchte nahtlos bei dem, was Tim gesagt hat, anknüpfen. Und ich habe noch einen schönen Satz für euch, der mich unheimlich geprägt hat. Der heißt, Wer nicht liebt, hat Gott noch nicht kennengelernt. Weil Gott Liebe ist. Dankeschön. Ja, dankeschön. Und wie gesagt, wir haben noch Zeit. Also möchte jemand irgendeine Diskussion aufwerfen? Gibt es Sachen, die euch jetzt bewegt haben in letzter Zeit, die ihr gerne mal ansprechen würdet? Ihr habt einfach jetzt die Möglichkeit, über alles zu reden. Jetzt ist quasi komplett offen. Hallo, Entschuldigung, mach es ein bisschen leiser. Also, ich habe etwas recherchiert, was mich ziemlich geschockt hat. Und ich hatte einen Vortrag gehört und da kam der Begriff Death Pathway, also der Todespfad vor. Der in UK, also in England, praktiziert wird. Und Liverpool Death Pathway bedeutet, dass man eben Menschen, die sehr, sehr alt sind, sehr, sehr krank sind, in Sterbehospizen die Möglichkeit gibt, ihr Leben dann auch zu beenden. Also, es ging um das Thema Sterbehilfe, das ja auch in Deutschland sehr aktuell ist. Und da las ich dann aber auch einen Bericht, dass es auch bei Kindern und Jugendlichen gemacht wird und mit dem Argument, die Pflegekosten seien zu teuer, die Krankenhäuser seien überbelegt, die Medikamente sind zu teuer und so weiter. Und dieses Konzept ist mittlerweile aber in UK angekommen und wird auch angewendet. Und ich habe dann die Geschichte dieses 14-jährigen Jungen gehört, Strich gelesen. Dieser Junge hatte Leukämie, Blutkrebs, war mit Chemotherapie austherapiert. Man kann es meistens nur zwei-, dreimal machen und dann Chemotherapie ist ja eigentlich eine Vergiftung des eigenen Körpers. Und eine Option wäre nur noch gewesen, Cannabisöl zu geben. Und das wurde dann aber nicht gemacht bei dem Jungen, weil es seien ja Drogen und der ist ja nicht volljährig. Stattdessen hat man den Death Pathway gewählt und der sah so aus, dass man diesem Jungen eben, und das ist der Death Pathway, man entzieht den Patienten prozentual Wasser, Nahrung und Medikamente und stellt sie dann demgemäß ruhig und dann dimmern die dann drei, vier Tage hin, bis sie dann sterben. Das wird bei Babys angewandt, bei Kindern, bei Jugendlichen. Und als dieser 14-jährige Jungen nach drei Tagen dehydriert starb, durch Dehydration, also durch Verdursten, in einem englischen Krankenhaus, die Zunge klebte am Gauben förmlich. Mir wurde richtig schlecht und ich habe dann gehört, dass es in den USA, hat Obama das Death Panel, also auch wir Todespanel unterschrieben. Und ich bin immer mit Verschwörungstheorien sehr vorsichtig, aber mein erster Gedanke war, ich musste an die Georgia Guidestones denken, an die Entvölkerung und ich musste an Euthanasie denken und ich musste an meine Tante Ella denken, die im KZ war. Wenn die das hören würde, was würde die sagen? Und kann wirklich ein Arzt entscheiden, wann ein Patient das durchleiden muss und wann nicht? Und wer darf das überhaupt entscheiden? Darf man das? Das kann doch nicht sein. Und das fand ich sehr, sehr, sehr schockierend. Eine Lösung, was ist die Lösung, dass wir hingehen, dass das abgeschafft wird und die Diskussion in England läuft und auch in den USA, aber die Lösung ist, dass die Behörden da einfach auf, ja wie immer, man bekommt keine Antworten. Es laufen Petitionen, es laufen, ja Leute werden angeschrieben. Ich antworte mal darauf, was ich denke. Also ich denke, wenn wir, erst mal, das zieht einen natürlich ziemlich runter, wenn man das hört. Und das ist auch schrecklich. Und es ist auch ein Symptom unserer Gesellschaft, dass es heißt, ja jetzt ist es irgendwie nicht mehr möglich, den zu behandeln. Also entlassen wir ihn einfach und geben ihn auf, als wäre das so ein Stück Ware oder so ein Haus, wo man merkt, jetzt kann man nicht mehr fertigstellen, jetzt lassen wir es einfach anders. Obwohl eben auch solche alternativen Therapien mit Cannabisöl oder sonst was möglich wären, da müsste man doch einfach mal sagen, wie beschränkt sind wir eigentlich in unserer Gesellschaft? Dass wenn wir denken, mit unseren eigenen Möglichkeiten, können wir, also mit dem, was wir denken, was wir wissen, können wir diese Person nicht mehr behandeln, also geben wir sie einfach auf. Weil anstatt, dass wir sagen, hey, das ist ein Junge, das ist ein junges Leben, bevor wir den einfach sterben lassen, hinterfragen wir vielleicht mal das, was wir für richtig halten und fragen einfach mal, was würde die Natur tun? Was würde die Natur mit diesem Menschen tun? Oder eben, das ist halt symptomatisch für unsere Gesellschaft, dass der Mensch immer mehr als Ware behandelt wird, dass alles in Politik und im Leben nur noch ums Geschäft geht. Und der war, war er zu teuer oder nicht? Also man hat ein bisschen Geld rausgeholt, weil wer auch immer die Chemotherapie dreimal bei ihm angewendet hat, der hat ja dran verdient. Und dann ist die Frage, ich meine, das ist doch Krebs, oder? Krebs ist Geld. Die Krebsdiagnose heißt für die Gesundheitskonzerne einfach richtig Geld. Und dann merkt man, irgendwann ist es nicht mehr wirtschaftlich, den zu behandeln, dann lässt man ihn halt sterben. Und dann holt man sich den nächsten Patienten ran. Und da fragen wir uns, wie krank sind wir eigentlich, dass wir so mit unseren Menschen umgehen? Und, ja. Und wenn wir über Lösungen sprechen, ich meine, ich habe jetzt viel angeprangert, und jetzt, die Lösung ist für mich die gleiche, wie für die anderen Probleme, die wir hier haben. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Umdenken, das ist nicht von jetzt auf gleich getan, sondern es wird ja immer mehr privatisiert und vergeschäftlicht und alles ist nur noch als Ware angesehen. Und es wird auch radikalisiert und in extreme Ecken verschoben. Und es ist nicht damit getan, dass man irgendeine Petition startet, oder dass man sich hinstellt und jetzt fordert, dass man diese Dev-Pathways abschafft, weil die werden einfach dann durcheinander Namen ersetzt. Das wird ja überall genauso praktiziert, ob das jetzt Dev-Pathway heißt oder wie das in Deutschland heißt, das ist vollkommen egal, solange wir in dieser kaputten Gesellschaft leben, verhandeln die das alle irgendwo ähnlich, auf die gleiche Gruppe Art und Weise. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland gibt oder ob das, aber es wird doch, aber ist es wirklich relevant, ob das jetzt genauso heißt oder ob das irgendwie über drei Ecken anders gemacht wird. Hier werden doch die Leute genauso sterben gelassen, wenn es nicht mehr wirtschaftlich ist, sie zu behandeln. Das ist doch, das ist alles ein Symptom eines kranken Systems, das sich selbst, das immer nur dazu dient, irgendwelche komischen wirtschaftlichen Sachen zu bereichern. Aber worauf ich hinaus will ist, dass wir das nur ändern können, indem wir eine Diskussion in die Öffentlichkeit treiben, nicht nur da, sondern an alle Aspekte überall anecken. Matthias sagte das, der Splitter im Gehirn sein, der Fehler in der Matrix, immer wieder sagen, ist das richtig, wollen wir das? Und das müsste man, oder sollte man, weil müssen muss man gar nichts, sondern seiner Meinung nach sollte man das einfach immer wieder ansprechen und eben auf solchen Plattformen, dafür habe ich die Mahnwache ins Leben gerufen, dass man unangenehme Themen anspricht und sagt, hey, da läuft was falsch. Und nicht nur an der einen Ecke, an der anderen. Und nur, wenn die komplette Gesellschaft langsam, aber sicher umdenkt, nur dann können wir uns aus diesem ganzen Morast und Sumpf befreien. Weil ist es jetzt wirklich wichtig, ob die Kinder in unseren Krankenhäusern sterben oder ob wir die Kinder in Gaza umbringen? Es kann doch nicht sein, dass die Kinder einfach umgebracht werden, egal wo. Das war, was ich dazu sagen wollte. Gut. Ich habe mich schon ein bisschen in Rat geredet. Wer möchte noch etwas sagen? Gerne, immer. Kommt nach vorne. Ich habe hier so ein Mikro und ich habe ja auch noch ein zweites, das kann ich auch rumgeben. Ich habe mich auch Octavio Christi. Mikrofon. Eine Sache, eine Sache, du wirst nicht wissen, wer ist im Internet. Wir bleiben in diesem Land. Ja. Wenn du wirst, du wirst nicht wissen, wo du wirst. Ja. To the ground. Yeah. One thing, no money can buy love. Understand? Yeah. No money can buy love or life. Love. Love. Okay. Geld kann Liebe nicht kaufen und wenn wir sterben, wissen wir nicht, wo wir hingehen. Unser Körper geht in den Boden, aber was sonst? Ja. Das war die Anmerkung. Gut. Meine Frage ist, warum, also er geht jetzt wieder zum Boden, zurück zur Mutter Erde, aber warum kam er denn überhaupt hervor? Warum kam das, was du deinen Körper nennst? Aus welchen Gründen kommt der hervor und jetzt steht er gerade hinter dem Mikrofon und klärt gerade das Äußere? War, ja, und diese Antwort, glaube ich, bringt uns zu dieser Erkenntnis vielleicht, Tja, da bin ich ja mal gespannt. Ja, dann traue ich mich mal, zu später Stunde. Der Inkarnationsdruck ist der Grund, warum du da bist. Immer wieder und wieder. Inkarnation über Inkarnation versucht dein höheres Selbst, sich zu befreien. Deswegen bist du da. Und was befreien? Und was befreien? Befreien von deinen niederen Kräften hoch, um göttlich zu werden, um gottgleich zu werden. Ein langer, langer Weg. Um gottgleich zu werden oder eins zu werden? Das habe ich. Um gottgleich zu werden, hast du gesagt. Das ist dasselbe. Eins und gleich. Das ist gleich. Nein, nein, nein. Das ist egal. So, ich wollte aber noch mal auf die sterbenden Kinder noch mal eingehen. Ein Herr sagte vorhin, wir brauchen Lösungen. Ich sitze hier noch mit dem Gefühl David gegen Goliath. Solange wir hier noch frei reden können, sind wir ungefährlich. Bedenklich wird es, wenn das Internet abgeschaltet wird und wir hier nicht mehr sitzen können. Aber dann sind wir wahrscheinlich auf dem richtigen Weg. Das Internet ist eine super Falle. Da lassen Sie uns. Das lassen Sie uns? Naja, wir werden sehen. Also ich wäre ohne das Internet nicht hier. Es ist wirklich so zynisch, dass da einige wenige ganz viel Geld dran verdienen und Menschenleben egal sind, dass unser Staat Menschen umbringt, ob es nun die Richterin in Neukölln war oder wer auch immer. Ich weiß nichts. Ich denke, sich zusammentun und drüber reden ist gut. Es wird die Kräfte bündeln, es wird sie befreien, das Bewusstsein wird weiter. Aber wie man andere überzeugen soll, sich überhaupt dem zu stellen, weiß ich nicht, weil da gehört schon Mut zu. Alleine hier zu sein, finde ich, sind wir alle mutig. Das ist jetzt schon so. Wir leben in einer Diktatur. Und ich würde mich nicht wundern, wenn unsere Namen alle schon auf irgendwelchen komischen Listen stehen und man leise reden sollte zu Hause. Ja, dass Kinder sterben, dass aber auch alte Menschen sterben, finde ich genauso schlimm. Es ist ein Zynismus, es geht nur um Geld und zwar nicht um unseres. Es geht nicht hier ums Geld. Nein, Geld wird gemacht und zack, zack. Es geht mit dem Geld. Es geht mit dem Geld. Und was geht mit dem Geld? Und was geht mit dem Geld? Kontrolle. Das nennen auch andere Macht. Also andere sind interessiert. Also es gibt Wesenheiten, die sind singular, die sind interessiert, dass sie andere Wesenheiten kontrollieren. Darum geht es denen. Das ist der einzige Aspekt des Daseins, ihres Daseins. Mein Dasein ist, mich zu verwirklichen, mich zu entdecken, die Welt zu entdecken und die Liebe zu leben. Ich danke sehr. Also mit Geld geschieht es. Es geht nicht ums Geld. Diese Ideologie. Maya ist Illusion. Und jetzt machen wir mal unsere Illusion. Von einer schönen Welt. Dankeschön. Das, was ich noch anregen wollte, es ging ja vorhin darum, diese Diskussion zu politisch, zu spirituell oder sonst was. Deswegen wieder, sich immer wieder daran erinnern, kommt drauf an. Sein Gefühl überprüfen, weil ich bin für Lösungen, ich bin für Tun. Wir müssen unbedingt ins Tun kommen. Das Ding beim Tun ist, dass die Lösung in der Spiritualität liegt. In der Liebe. Wenn wir liebevolle Lösungen haben, dann bist du unangreifbar. Und das ist das, was mit der Mahnwache leider passiert ist, wenn wir damals an diesem Punkt, als es darum geht, als wir von anderen von außen angesprochen wurden, irgendwie so, hey, wir wollen mit euch reden, wir wollen uns mit euch unterhalten. Damals war diese Plattform da. Und wenn man da standhaft, es geht gar nicht darum, irgendwen anzuprangern oder sonst was. Es ist einfach nur ein Gedankenspiel gerade. Wenn man damals standhaft geblieben wäre und gesagt hätte, wir können gar nicht mit euch zu Diskussionen kommen, weil wir können ja keine Vertreter haben, weil wir einfach nur eine Plattform sind. Keiner kann für mich sprechen. Ich kann doch nicht für die anderen sprechen. Und da ist es auf eine gewisse Art und Weise ins System integriert worden. Diese Plattform-Idee war schon genial. Das war super. Und natürlich führt das nur so und so weit. Irgendwie so. Ich bin für Lösungen außerhalb des Systems und innerhalb des Systems. Und was du sagst mit dem Mut, ich glaube nicht, dass wir hier auf irgendwelchen Listen stehen oder sonst was. Und selbst wenn, lieber stehen, sterben, als knien, leben. Weißt du so? Das ist aber... Die Frage ist immer... Das ist ja das Problem bei den Drohnen zum Beispiel. Wenn du halt irgendwo über einen Knopfdruck Computer spielst und ich glaube bei Drohnen hast du über 90% irgendwie Trefferquote von Leuten, die da überhaupt nichts mit zu tun haben. Ich glaube 40 Zielpersonen und 1196 Tote oder sowas habe ich mal gelesen. Du verlierst die Verbindung zu dem. Wenn du schon jemanden tötest und vielleicht kannst du da sogar Berechtigung für geben, keine Ahnung. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Aber dann stehe ich ihm gegenüber. Und wenn du dann jemanden dir gegenüberstehen hast, der lacht, der dich begrüßt, der Freund nicht zu dir ist, den kannst du nicht umbringen. Und wenn, dann wird es ewig auf die Lasten irgendwie. Und wir waren schon bei dieser Reinkarnationsgeschichte. Ich glaube da auch dran. Ich habe es bei meinem Hund letztes Jahr mitgekriegt. Da ist die Seele an mir vorbeigeflogen. Die kommt wieder. Das Ding ist, das zu erleben. Jetzt habe ich den Faden verloren. Es ging um die Unmittelbarkeit, aber ich wollte irgendwo hin. Das mit der Liebe und Spiritualität hatten wir ja jetzt auch schon. Es geht darum, dass jeder für sich seine Lösung findet. Also wir können auch gerne irgendwie damit in eine Diskussion einsteigen. Wohin führt das Ganze jetzt? Wo setzt man an? Und ich bin auch der Meinung, und deswegen, ich habe damals, bin ich auf den Rathausmarkt gekommen und habe dich da stehen sehen und habe gesagt, der Grund, warum ich bei Henrik auf die Straße gegangen bin, war deine Persönlichkeit tatsächlich. Und ich dachte so, also das ist bestimmt keine Organisation. Die hatten zwei Reden vorbereitet. Eine Robin, eine Henrik. Und dann war so ein Mikrofon in die Hand. Ja, mehr haben wir nicht. Jetzt seid ihr dran. Und das war ein schöner Start. Und das ist halt eben weiterzuentwickeln. Und ich sehe es gerne in der Organisation. Also Anarchie zum Beispiel heißt ja auch nicht die Abwesenheit von Ordnung. Das heißt die Abwesenheit von Herrschaft. Und die Frage ist, wie organisiert man das Ganze? Und da sehe ich es gerne wie so eine Art Sportverein einfach. So, dass man, ich habe dir das vorhin erzählt, irgendwie so, dass, wenn du jetzt einen Sportverein hast mit, sagen wir, 100 verschiedenen Sportarten oder sonst was, dann gibt es zum Beispiel den Handball-Profi. So, und dann hast du eine Profimannschaft, du hast eine zweite Mannschaft, du hast eine Jugendabteilung, wo die Leute ausgebildet werden. Im Idealfall sind die Leute aus der Profimannschaft auch Trainer der Jugendlichen. So, wenn du jetzt ein Handball-Profi bist, kannst du ja nicht sofort in das Profi-Team der Fußballer rein. Nur weil du Profi in der einen Abteilung bist. Es geht schon darum, irgendwo eine Form von Anführern zu haben, von Leuten, die autorisiert sind von den anderen, hey, du kannst das besonders gut für uns da. und das war letztens etwas mitzumachen, auch die anderen Sportarten lernen zu wollen. Zu sagen, so, okay, jetzt bin ich so gut im Handball. So, vielleicht werde ich im Handball besser. Guck dir den Zlatan Ibrahimovic an, einer der besten Fußballer der Welt. Der hat Karate gelernt. Deswegen ist der so gut, weil der sich so bewegen kann, indem er Karate gelernt hat. Und halt eben sich vielseitig auszubilden, es immer weiter zu erweitern, es rotieren zu lassen. Bitte? Was ich euch sagen will, ist, dass das für mich die Form von Anführerschaft ist, die ich für mich akzeptieren kann. Ich möchte gerne Lehrer haben. Henrik hat etwas in seiner Persönlichkeit, das ich so nicht kann. Das gucke ich mir gern von ihm ab. So, und diese Bereitschaft und nicht zu gucken, ich bin die Lösung und ich weiß alles und folgt mir, denn das ist schon wieder der Anfang vom Ende. So, es geht darum, ganz neu anzufangen, zu gucken, was haben wir jetzt? Nicht so viel in die Vergangenheit zurück und zu gucken, wie bauen wir das neu auf. Und sich dann halt eben nicht angreifbar zu machen auf eine gewisse Art und Weise. Wie funktioniert nach dem schwächsten Glied in der Kette? Du meinst, das System funktioniert nach dem schwächsten Glied in der Kette? Ja, dann ist die Frage, wohin baust du das schwächste Glied in der Kette? Wenn du in eine gewisse Richtung gehst und du hast zum Beispiel jemanden, der kann eine Kutsche gut fahren, dann setzt das schwächste Glied doch auf die Kutsche. Kannst du nicht gerne Google? Vielleicht nimmst du das Mikrofon, dann haben wir eine Diskussion. Ja, meine Frage wäre, wenn man das schwächste Glied in der Kette in die anarchistischen Pläne mit einbaut, wer entscheidet dann, wo dieses schwächste Glied steht und weist es in die Schranken? Also ich gehe jetzt von Persönlichkeiten aus, die gerne sich prügeln oder gerne kriminell sind und die gibt es ja nun mal und ich möchte gerne, dass die auch ihren Platz haben, aber das Ganze nicht gefährden. Es braucht natürlich Zeit. Das Ding ist erstmal, eine Stimmung aufzubauen, in der du dich willkommen fühlst. Ja. Jeder Schläger, egal, ich kenne Schläger, wenn du alleine mit denen redest, das sind die liebsten Wesen überhaupt. Die haben einfach nur, jeder, der in dieser Welt anfängt zu hauen oder sonst was, der kommt mit irgendwas hier nicht klar und diese Leute sind mir sympathisch, weil ich komme da auch nicht drauf klar. So, und wie hole ich denjenigen ab? So, und wer reiht den ein? Wer weist den in seine Schranken? Die Wunschlösung wäre er selbst. Dass er für sich selbst schon spürt, wo gehöre ich hier hin? Bringe ich das Ganze in Gefahr, indem ich weiter so bleibe? Oder wie ehrlich bin ich auch mit mir? Wenn du deine Schwächen kennst, werden sie zur Stärke. Weil du wirst nicht versuchen, dich in eine Position zu begeben, wo du weißt, dass du da schwach bist. So, du wirst den Menschen zum Lernen zu animieren. So, das ist, ich habe auch kein Patentrezept, aber das werden wir finden. Das spürst du. Und das ist wieder dieses Ding, weg vom Wissen rein ins Fühlen. Und dann entsteht Wissen, durch das Fühlen. Wenn du etwas fühlst, dann möchte ich mehr wissen, dann wirst du das Wissen finden. Aber unser jetziges Wissen ist völlig versaut. Es ist komplett, vieles davon ist richtig und gut und man kann das mitnehmen. Ich sage jetzt nicht, dein Wissen ist schlecht oder sonst was. Ich höre mir bei jedem Menschen an, was sagt er und wenn da ein einzelner Satz ist, der mir gefällt, dann nehme ich diesen Satz. und sage, den Satz finde ich gut. Über den Rest kann man ja nochmal drüber nachdenken. So, was soll ich mit ihm groß die Diskussion suchen, wenn er da eh nicht belehrt werden will. Ja, ich quälte mich auch einfach mal wieder zu Wort, wenn ich schon hier bin. Ja, wir kommen jetzt auch, glaube ich, irgendwie da rein, was wollen wir eigentlich? Weil ich glaube, jeder Mensch hat natürlich seine eigene Wahrheit und seinen eigenen Ansatz, was man erreichen will. Und wenn wir schon mal hier sind, in kleiner Runde, wir haben ja eben schon über die erste Mahnwache gesprochen. für mich war dann die Motivation, hey, dieser Lars aus Berlin, der hat über das Geldsystem gesprochen und ich würde auch gerne darüber sprechen und ich hätte gerne andere Leute, die auch gerne darüber sprechen würden. Und deshalb habe ich mich einfach dahingestellt und gesagt, hey, lass uns mal uns unterhalten. Und dann kommt man natürlich immer mehr zu dem, dass man sagt, hey, es geht nicht nur um ein Thema, weil irgendwo ist die ganze Welt verrückt und wir müssen versuchen, irgendwie unseren Platz darin zu finden, zu versuchen, einerseits haben wir alle Weltretter-Syndromen. Ich versuche auch immer, die Welt zu retten, aber ich merke dann, es geht nicht so schnell und nicht so einfach. Und andererseits müssen wir aber auch versuchen, uns nicht selbst damit kaputt zu machen. Weil wenn wir nur noch den ganzen Tag damit beschäftigt sind, die Welt zu retten, dann verlieren wir uns selber. Und, ja. Da kommt, Uwe hat da mal einen Spruch gebracht, der hieß, gesunde Mischvergiftung. Und diesen Ausdruck mag ich sehr gerne. Also, du kannst nicht komplett aus der Gesellschaft raus. Lauf mit, bleib gesund dabei, weil sonst stirbst du an den Sorgen, dass dich das System wieder einholt. Ja, genau. Und wenn ich über mich persönlich sprechen will, ich fand eigentlich so eine gewisse Art von System sogar gut, weil es ist doch eigentlich eine gute Idee, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, sich Arbeit zu teilen und sich so zu organisieren, dass man zusammen mehr erreicht. Aber irgendwann wurde das Ganze auch korrumpiert und es wird versucht, dann gewisse Sachen anderen Leuten überzustülpen. Und für mich hört die Sache dann auf, wenn du jemandem sagst, du musst jetzt bei unserem System mitmachen, sonst machen wir dich fertig. Und irgendwie sind wir an dem Punkt ja angekommen, weil alle müssen zum Beispiel GEZ bezahlen, alle müssen sich einen Personalausweis besorgen und alle müssen hier mittanzen in der Reihe. Und du kannst nicht mehr einfach sagen, ich lasse mich alle in Ruhe, ich mache jetzt mit ein paar Freunden ein eigenes Dorf auf und dann benutze ich euer Geld nicht, die kommen trotzdem und wollen bei dir was eintreiben. Und da hört bei mir der Spaß auf. Ja, da hat Lucia mal drüber gesprochen. Lucia war häufiger in Siebenlinden in dem Ökodorf. Und sie sagte, was dort total vorherrschend ist, ist diese Angst davor, dass irgendwann, wenn sie zu erfolgreich werden, die leben ständig mit dieser Angst, was ist, wenn das System kommt und uns hier einen Strich durch die Rechnung macht. Weil sie zu unbequem werden. Und in dieser Angst möchtest du auch nicht leben. Ich möchte gar nicht in Angst leben. Und deswegen gesunde Mischvergiftung. Es gibt solche Dinge wie zum Beispiel das P-Konto, das ist ein Fändungskonto. Bis 1045 Euro kannst du jeden Monat verdienen. Da können sie nicht fänden, gar nichts, das steht hier zu. Es gibt diese Lösung innerhalb des Systems und es nervt mich genauso, dass man da mitspielen muss. Also ich studiere Architektur. Es gibt in der Architektur, es gibt Bauweisen. Das heißt nicht, zurück zur Natur, heißt nicht irgendwie zurück ins Mittelalter oder sonst was oder noch weiter vor, zurück in die Steinzeit, sondern du kannst heutzutage mit und deswegen ist das Wissen dann ja auch wieder gut. Aber das ist alles Wissen, das entstanden ist aus dem Gefühl, wie sollten wir es eigentlich richtig machen. Hier läuft doch was falsch in der Art und Weise, wie wir bauen. Ich habe mal früher diese Styrodur-Geschichte erzählt. Das ist Erdöl, das wir uns da an die Wände hängen. Also Brandbeschleuniger, das wird in Chemie gepackt, damit das nicht brennt. Und diese Chemie wird vom Regen herausgewaschen und geht ins Grundwasser und wir haben mittlerweile eine Belastung im Grundwasser. Wir haben das dreifache der Fläche der Bundesrepublik, haben wir schon an unseren Wänden an Erdöl hängen, also an diesem Styrodur. Und wir haben eine Belastung im Grundwasser, die entspricht der Belastung durch Pestizide in der Landwirtschaft und keiner redet drüber. Ja, und dann ist die Empörung wieder groß. Ich finde es gerade eher interessant, dass es für sowas dann so einen Applaus gibt, weil eigentlich hat es ja gar keinen Applaus verdient. Das, was viel wichtiger ist, ist zu sehen, es gibt diese anderen Lösungen. Wir können nach wie vor den besten Baustoff, den du haben kannst, ist Lehm mit Stroh gemischt, das ist aktiv, das atmet, das hat jeder im Garten. Aber da verdient natürlich keiner was dran. Und damit sind wir dann wieder bei dem Ding, was du vorhin gesagt hattest, mit dem, ich würde das gerne gerade kurz, ich weiß, ich kann lang reden, wenn ich einmal dran bin. Aber das mit dem Geldsystem, deswegen war ich damals auch auf der Straße, weil wenn wir das Geldsystem verändern, verändern sich diese Dinge natürlich automatisch, weil die Leute dann endlich wieder in die Richtung forschen dürfen, in die sie eigentlich forschen wollen würden. Die Frage ist, kriegen wir das Geldsystem verändert? Du musst dieses taktische Denken dahinter. Oder ist das Thema zu groß? Oder sind schon zu viele Diskussionen darüber entstanden? Was ist das richtige Geldsystem? Und so weiter und so fort. Und da vielleicht bei einem Punkt anzusetzen, sich Themen zu suchen, über die eigentlich kein Streit entsteht. Und ein Thema davon ist für mich, und dann gibt es auch wieder die Veganer-Faschisten und so weiter und so fort, aber ist das Thema Ernährung. Und da gibt es so einen Satz im Englischen, der hat sich das jetzt auch wieder, habe ich gestern gesehen, der Typ hat sich das wieder patentieren lassen, den Ausdruck, oder halt mit Copyright drauf. Jörf heißt das, also Just Eat Real Food. Esst nur echtes Essen. Und sobald die Diskussion aufkommt, von 99 Prozent von dem Zeug, das wir im Supermarkt kriegen, ist gar kein echtes Essen mehr. Und dieses Thema Lebensmittel, da sind sich eigentlich fast alle Menschen einig. Das merkst du ja schon, dass die Leute immer mehr vegetarisch essen, vegan essen, sich da Gedanken drüber machen. und ein Thema zu nehmen, wo die Menschen sich nicht streiten. Wenn wir über das Geldsystem und sonst was, es entsteht immer dieser Streit. Und sobald ich eigentlich merke, ich entstoße bei jemandem auf Ablehnung, habe ich schon gar keine Lust mehr auf das Gespräch. Und da habe ich zum Beispiel eine Verhaltensweise gelernt von einem Bekannten von mir aus Amerika, der ist Banker. Auch von denen kann man was lernen. Wenn du mit dem diskutierst, er ist ein ganz lieber Kerl, aber der hat das so perfektioniert, der ist 27 Millionär, den kriegst du nie zu einer Meinung, zu irgendwas, was wirklich relevant ist. Bei Sport sagt er so, ja der ist gut, oder den mag ich nicht, da geht das noch so, damit er wenigstens so ein bisschen Ecken hat und dann ein Profil ist. Ansonsten, bei irgendwelchen wichtigen Dingen, die du diskutierst, geht es immer darum, dann kommst du Christoph als Antwort, interesting, wow. I gotta think about that. Really? Sure. Wow. Interesting. Wow, you got a point there. Es kommt nie, es ist nicht greifbar und ich habe ihm irgendwann gesagt, bitte. So, lass uns auf die Themen dann beschränken. Und das haben wir geschafft. Dadurch bleibt man bei den Themen, wo man gemeinsam drüber diskutieren kann, wo man eine Meinung zu hat und die Freundschaft ist daran nicht zerbrochen. Und das ist ganz wichtig, weil was halt eben, wenn man hier lange Zeit mal irgendwie Warnmacher mitgemacht hat oder sowas, dann es zerbrechen sehr viele Freundschaften, sehr viele Kontakte, weil die Leute plötzlich Angst vor dir haben, so der denkt doch so komisch, der ist doch offen für Verschwörungstheorien und sowas. Und das ist eine ganz große Aufgabe, auch diese Freundschaften nicht zerbrechen zu lassen. Ja, das ist auch interessant und wirklich auch ein valider Punkt, weil ich habe das in letzter Zeit auch gemerkt, wie viele Bekanntschaften und Freundschaften einfach kaputt gehen, weil man Angst hat, mit jemandem zu reden, der irgendwie politisch inkorrekt denkt. Aber gleichzeitig habe ich das auch erlebt. Also bei mir gerade über Facebook, weil ich habe dann viele alte Freunde auf Facebook aus den Tagen, wo ich noch selber unpolitisch war und lieber gar nicht drüber nachgedacht habe. Und wenn man, und dann brechen, ich glaube, du musst dich ein bisschen um deinen Hund kümmern, das ist auch gut. Ja, dann brechen, unter irgendwelchen Facebook-Posts brechen plötzlich die riesigen Diskussionen los unter zwei Leuten, die ich mal kannte, die haben sich dann über Pegida gezofft und wie, die wollten sich am liebsten in die Gurgel gehen. Die waren mal super Freunde, was ist jetzt passiert? Aber es gibt auch andere Effekte. Ich habe dann plötzlich von Leuten, mit denen ich ewig nicht geredet habe, als ich sie dann nochmal wieder gesehen habe, haben sie mir live ins Gesicht gesagt, ey, ich finde das gut, was du da immer postest und was du da machst bei Facebook, aber ich like das nicht, weil ich habe Angst, dass dann irgendwie jemand denkt, ich könnte politisch inkorrekt denken, weil ich was geliked habe, was du da gepostet hast, was eventuell politisch inkorrekt ist. Und so weit sind wir schon gekommen, Leute. Was ist denn mit uns los eigentlich? Wir können nicht mehr reden, wir können uns nicht mehr unterhalten. Vielen Dank.